mehr stört Lerd die Weg ich habe gerade die Schallplatte Lerd, geht er weg lol Komm, Skelette, schieß den Creeper ab. Ja, ja, komm. Ja, komm, noch einmal. Ja, Schallplatte. Bämst, meins. No, Leonard, hau ab da. Meins. Bämst. Darf ich die in meine Sammlung nehmen? Warte, welche? Hast du schon Blocks? Ja, schon. Scheiße. Okay, hier trotzdem. Blocks. Ich muss mal gucken. Ich glaub schon, dass du die hast. Ja, glaub ich auch. In einer halben Stunde machen wir also einen Cut. Nee, Blocks haben wir schon. Naja, war klar. Ist doch egal. Aber guck dir bitte wirklich mal die Kirchen an. Du hast keinen, die einen Holzrand hat. Finde ich auch schön. Sieht aber scheiße aus. Nein. Wirklich, zum Schluss sieht das scheiße aus. Ist echt so. Ja, können wir am Schluss ja immer noch ändern. Ja, aber bis dahin krieg ich dich nicht mehr überredet, weil du dann so denkst, oh, ich hab was selbst gemacht und das bleibt auch so. Ja, bis dahin nicht. Das stimmt. Aber dann vielleicht doch, klar. Spätestens, wenn ich alles hochgejagt hab. Ja, auf jeden Fall. Übrigens, was machen wir eigentlich, äh, falls ich bald soweit komme? Was machen wir eigentlich als 25 Abonnenten-Special? Hast du schon? Na, das werden wir hier noch nicht besprechen. Nee, aber hast du zumindest schon mal ne Idee oder so? Ja, klar. Ja, das guck dir nicht sagen. Weil ich hab keine. Jetzt guck dir mal das Bild an. Na, nein, dann neckt der Server. Aber der Boden wird doch ganz aus Slaps, oder? Je nachdem, soll das eine edle Küche sein oder eine Arbe? Eine edle. Dann wird der Boden aus Quarz und aus schwarzer Wolle. Okay, das wird eine Mittelgutkirche. Dann wird der Boden trotzdem... Nein, ich hab für die gute Idee. Der wird aus Marmor sein. Ich hab für die gute Idee. Ich hab für die gute Idee. Oder wird's... Für die gute Idee. Das wird nicht gut aussehen, oder? Quarz. Ja, aber nur für den Boden, weil... Die Mamor. Ich hab schon Quarz sollen gemacht. Ich mein, ich hab doch schon Quarz sollen, oder? Keine Quarz sollen für den Eingang. Ich möchte so gucken. Ich möchte so gucken. Das sieht so gut aus. Boah, lehrt's hier voll hier. Oh ja, und das musst du so machen, und das soll so. Ja, aber... Das sieht aus, als wäre es der Eingang zu ner Bank. Ja, ist doch so... Hier so Säulen und dann so... Teppich. Teppich? Ja. Teppich. Ja. Wolle. Ja, die Wolle holst du. Und ich auch. Ja, ja, ich weiß. Die ist ja auch gut. Mein Stück Holz. Was ist das gerade aufgesammelt? Nee. Gut. Das ist nämlich meins. Naja, also so schlecht ist das. Überleg mal, wenn's fertig ist. Ja, das weiß ich ja noch nicht, wie es in der aussieht. Bitte nicht. Können das gerne bei einer Bank machen, dass sie so Säulen hat. Stimmt, das wäre eine gute Idee. Aber nicht bei so einem Gebäude. Wir brauchen lediglich Quarz für den Boden. Quarz-Blöcke. Ja, Alter, weißt du, wie viel Quarz das sein würde? Ja. Du kannst auch Quarz-Slaps machen. Gibt's sie? Ja, klar. Soll ich jetzt mal Quarz-Boden so nur aus... Slaps. Guck, wie gut das aussieht. Nein, das sieht gut aus. Ich hab das schon woanders gebaut. Im Vatikan. Das ist ein Creeper. Wo? LOL! LOL! Was? Oh, LOL, der kann doch nicht hochladen. Komisch. Doch nicht so, das wird ein Muster und nicht komplett. Du hast keine Ahnung von Stil. Du hast keine Ahnung von Stil, ich bin Lennart. Warum hast du das hinzugefügt? Was? Dass du Lennart bist. Keine Ahnung. Haben wir uns gegenseitig getroffen? Nein, hast du nicht. Alter, Lennart. Lass mich. Das waren 18 Level. Scheiße. Wie kann das sein? Mein Bogen macht doch gar nicht so viel Schaden. Nee, nur 5 Herzen pro Schuss. Und zufällig hatte ich nicht volles Leben. Das hat sich grad regeneriert. Ich hab grad was gegessen, ja. Aber ich bin doch nicht sofort voll. Okay. Warte. Ich hab zufällig 10 Level. Moment. Ohne wird's irgendwann wird's ne riesige Rache-Aktion geben. Ne, wird's nicht, weil du keine Chance hast. Weil ich mir ne Burg baue. Wird fallen. Aber entschuldige mich. Gib mir deinen Bogen. Ich hab keinen Bogen. Ich möchte deinen Bogen. Du kriegst nie. Ich töd dich jetzt, wenn du mich nicht tödest. Okay, du hast mich getötet. Okay. Wir sind fast quid. Ich muss jetzt noch 8 Level fahren, wenn du ein Bogen wegfälligst. Wo bist du? Warum kölnst du mich jetzt nochmal? Ich kill mich doch. Hä? Wo bist du? Hier. Warum killst du mich eigentlich die ganze Zeit? Du darfst mich 8 Mal killen. Du hast mich jetzt 3 Mal gekillt. Hier. Jetzt kill mich. Das ist mein Bett zerstört. Bitteschön. Doch nicht. Okay. Hast du mich jetzt 8 Mal gekillt? Nee, ne? Komm, kill mich. Ich bin hier. What the? Du hast mein Bett zerstört. Was? Ich werde dich jetzt die ganze Zeit töten. Das glaubst du. Hast du es wieder platziert? Was? Das Bett. Ja. Lass mal lieber einen Cut machen, sonst raste ich aus. Ja? Jupp. Können wir gleich machen. Warum durchsuchst du gerade meine Truhen? Ich versuche deine Truhen nicht. Was machst du denn? Ich stehe hier oben rum. Warum? Warum nicht? Sag dir eins. Wenn du meinen Bogen klaust, dann werde ich nie wieder mit dir aufnehmen. Schade. Schade. Das wird in meine Kisten gehst, ist genauso wenig schon. Nein, ich habe nur geguckt, ob ich Pfeile in meiner Endertruhe habe. Ich habe nicht. Ich habe nur kurz mehr. Ich habe nur mit meinem Kisten. Ich werde mit ihm schaden. Aber ich habe dasISE hin. Ah, wir sind übrigens Quid. In welchem Universum sind wir beide denn bitte Quid? wenn du mich jetzt geht es dann mache ich alles was ich dazu treiben würde böse zu sein wirklich warum möchtest du mich die ganze Zeit töten weil du mich neunmal gekillt hast und mir knapp 50 Level schuldest 50 nein ich hole dir keinen 50 Level damit du mich eben gekillt hast und ich 10 Level hatte warum waren wir auch quit mit den Leveln nein waren wir nicht schuldest wir noch 40 Level 40 Nein doch wirklich nicht ich habe die einmal gekillt hast 28 plus 18 sind zwar keine 40 beziehungsweise sind sogar 40 aber minus 10 gute Schüsse mir 36 Level ist immer noch eine volle Entscheidung nein 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 20 du hast mich gekillt als ich 22 Level hatte und dann noch mal als ich 10 das ist echt so ich schicke dir kurz den Link von der Folge YouTube ok dass ich grad gelastet bin habe ich nur gemacht weil ich ein Bogen habe und du weißt dass du mir den Link zurückgeben würdest Oh ja also also m k 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 den skype anrufen letzte aufnahme ach so ach so das war das wo habe ich dich denn die die folge ist noch nicht raus genau ahnung ist mir jetzt auch egal die folge ist noch nicht raus ja die folge kam gestern so ich mich jetzt immer noch kühlen lokal dieser dass sie gerade aus immer ganz kurz das wiedersehen der sauber leckt gerade mega ja dann rejoin jetzt leckt er nicht mehr